Mit Leichtigkeit in die Zukunft. Die AE Group AG ist Zulieferer der internationalen Automobil- und Nutzfahrzeugeindustrie. Professionell, qualitätsstark, erfahren. Das Unternehmen entwickelt und fertigt anspruchsvolle Aluminiumdruckgussteile, wie zum Beispiel Getriebesteuerungsteile, Getriebeaußenteile, Achsgetriebe, Motor, Getriebeanbauteile und Substitutionen. Roh- und Fertigteile aus unterschiedlichsten Legierungen mit höchsten Anforderungen an Präzision, Dichtigkeit und Sauberkeit werden in der eigenen Fertigung hergestellt. Die Teileentstehung beginnt in der Konstruktion. Hier entwickeln erfahrene Teams aus einzigartigen Ideen qualitätsstarke Konzepte ganz nach Kundenwunsch, von Spezialisten für Spezialisten. Anschauliche 3D-Produktkonstruktionen werden weitergeführt zu durchdachten Werkzeugkonzepten. Bauteilprüfungen, FE-Berechnungen und Simulation sichern die Entwicklung ab. In der Fertigung erwartet die Kundendruckgusskompetenz in Gießzählen mit Maschinenschließkräften von 250 bis 2700 Tonnen. Hier entstehen Teile und Komponenten jeder Art, einzigartige Ideen und individuelle Lösungen in hochwertige Aluminiumdruckgussteile gegossen. Präzise, qualitätsstark, zuverlässig. Verschiedene Legierungen können hier vergossen werden, um die Anforderungen wie Schweißbarkeit und Bruchfestigkeit zu erfüllen. Mit umfangreichen Bearbeitungskonzepten und Qualitätssicherung nach ISO TS 16949 und DIN ISO 50001 bringt die AE Group jedes Teil schließlich in Bestform. Das Leistungsspektrum reicht von Durchlauf- und Rundgleitschleifen über BAZ-Bearbeitung bis fünf Achsen, Drehen, Hochdruckreinigen und Trockenbearbeitungen bis hin zu Sonderbearbeitungen wie das Verzahnen oder Montieren. Im eigenen Labor prüfen Spezialisten alle Teile und Prozesse mit verschiedenen Verfahren bis ins kleinste Detail. Hier können selbst große Achsgetriebe analysiert werden. Und hier wird die anspruchsvolle Druckgusstechnologie weiterentwickelt für beste Lösungen und für zufriedene Kunden weltweit. Ein professionelles Backoffice sorgt für reibungslose administrative Abläufe hinter jedem Auftrag. AE Group AG – Leading you to lighter solutions. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.